Okay. Nee, was soll das? Komm, bis es näher. Das ist jetzt die Hälfte Okay, und dann Geht das wieder? Ne, ja, ja, ja Was geht? Was geht? Kleiner, geh mal weg da Warum muss ich diese nehmen? Warum muss ich diese nehmen? Sag mir doch eigentlich was Help Eigentlich sollte jetzt diese Scheisstüre rein Oh Oh, komm Arschkrampe Na geht doch Na geht doch Jetzt steht alles noch ein bisschen Kacke schräg Ah, verpiss dich jetzt Du Scheisse Dann machen wir es so Ist aber zu Ich muss den höchsten Punkt erwischen Hab da zu viel Gras drin Wo wäre es besser? Ne, darüber nicht Oder hier Ah, hier Das ist doch schon besser Ja Okay Was ist das jetzt? Eins, zwei, drei Vier Vier Fünf, sechs, sieben, acht Ist das ein Oktagon? Hab ich ein Oktagon? Ich komm nicht rauf Lass mich mal schauen Geh doch Geh doch weg Hube, geh nach Hause Geh nach Hause Ja Eins, zwei, drei, vier Fünf Sechs, sieben, acht Acht Ecken Gleich Oktagon Das entspricht doch der Dem Käfig Von Ja Ja So, wo wohnst du? Hier unten könnten wir deine Drogen montieren Viel Gras Aber nicht das da Ähm Klar, dass der nicht geht Den will ich nicht Ah, hier unten geht was Okay Dann nehmen wir mal aber So was Ähm Da gibt's doch ein Dreieck Oh Aha Wunderbar Nehmen wir mal den Hier geht's natürlich nicht Nee Dann montieren wir mal die da Die da Die da Gibt ein bisschen Ein Gebastel Moment Machen wir mal ein schönes Muster Ach Quatsch Wer will schon Muster Das gäbe einen großen Oder viele kleine Oder So Und so Nee Das geht nicht Da kommt der zu weit So Und so 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 Einen da Einen da Einen da Dann müsste ich Den da Hier Ach komm jetzt Nein Okay Mal mit dem Hier Den Da Dann sind die immer an Diese Seite An diese Seite An diese Seite An diese Da braucht es noch Jungchen Ja Ja Komm Schön Nee No no Komm hier rein Mach schon Okay Ich hoffe Das gibt Nichts Mach der Mach der Markus Hier heimlichen Hakenkreuz Nee Nee Wenn ja Dann kann ich Nichts dafür Das wussten die Anderen bei der Kirche auch nicht Dann nehmen wir Mal jetzt Kleine Ah ja das müssen wir noch ein treffer treppe wo machen wir treppe hier kommst du rein dann hast du was zum kämpfen und zum rüstung waffen aber katie line muss ja auch noch schlafen also geradeaus eine treppe die sollte irgendwie dahinten sein was für den aufstieg machen wir eine doppeltreppe oder eine einfache einfach ich glaube ich knall alles zu mir kleinen geht das ja ok dein bett kommt sie hier rauf und und bekommt hier ich kann es einfach drauf stellen den rest der rest mit geländer haben wir hier geländer ok was kommt es hier könnte man was rundes machen geländer nee geht geht so eine seite zum schlafen ein bisschen grünzeug nee geht auch kein grünzeug also fenster sollte es haben eine tür hier 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 ein tür hier ein albis moment moment nee hier wieder ein fenster nee das geht nicht das geht nicht auf nur durch probieren wird man schlau das schaut nicht gut aus also müsste ein fenster ran für die aussicht geht das jetzt okay so eine hütte habe ich noch nie gesehen das gibt probleme egal wir lieben probleme also also nein nein die 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 Geh mal in der Leiter her. Okay, es gibt keine Teile für hier. Ja, pfuschen wir ein Dreieck rein? Ähm, nee. Sieht kaka aus. Warum geht er da? Okay, drüber geschoben. So was nennt man drüber geschoben. Und zwar... Das sieht sicher beschissen aus. Hahaha. Lassen wir die? Ah, vor dem Fenster. Nee. Okay, Kalender. Bisschen was. Wohnraum. Was denn? Aha. Das Bettchen. Von Kate. Ja, geht doch. Von hier geht's. Ah. Das lassen wir mal so. Ein Strömchen. Ein kleines Strömchen. Machen wir eins hier. Lämpchen. Was möchte die Kate für Lämpchen? Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ah, die möchte. Ganz klar. Die will das. So. Hier draussen. Ah, ich liebe diese Alpenlampen. Ich liebe die. Du wirst noch verschrottet. Wenn du andauernd im Weg rumstehst. Du Grützenkopf. So. Ähm, ähm. Prost. Zrt. 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 Vielen Dank.